Dieses Hupen ist Musik in den Ohren von Boot- und Wassersportfans weltweit. Das Warten hat endlich ein Ende. Die Boot Düsseldorf ist zurück mit einem Feuerwerk an Yachten, Booten, Sport, Spaß und Action natürlich. Hier kommen die Highlights. Wow, der neue gläserne Tauchturm hier in Halle 12 ist ein echter Blickfang. Die Surfszene trifft sich in der Beachworld. Hier kannst du die neuesten Trends testen. So wie beim Wingsurfen hier im eigenen Windkanal. Wer nicht aufs Wasser will, der kann natürlich auch ganz entspannt vom Beckenrand aus zuschauen. Von der Information bis zur Buchung in der Destination Seaside findet ihr alles für euren Traumurlaub am, auf oder unterm Wasser. Alles für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.